Hallo, ich bin Leon und war in den Juna-Hörspielen die Stimme von Tim und Igor. Der gute Marcel hat mir ein paar Fragen zugesendet und die beantworten wir heute einfach mal. Wie ich zu der Rolle gekommen bin, ist ganz interessant. Das war nämlich so, es gab einen Post auf Instagram, wo sie eine Stimme für Entführung Luxusklasse gesucht haben. Dann habe ich mich da mitgemacht, habe ich mich da beworben und habe dann gewonnen. Dann wurde aber Entführung Luxusklasse verschoben und ich bin jetzt hier bei Juna gelandet, was auch sehr schön ist. Was ich an den Rollen mag ist, also Igor ist ja schon so ein bisschen Überdrehter, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, und kriegt nichts gebacken, ist aber trotzdem so liebenswert. Ähm, und Tim ist schon arrogant, hat aber, glaube ich, doch ein ganz gutes Herz. Also Igor, wie gesagt, er versucht sein Bestes und, ähm, möchte die ganze Zeit einen helfen, glaube ich. Also sein Meister Eder helfen und, ähm, möchte auch die ganze Zeit, äh, das alles funktioniert. Kriegt aber nichts hin und ist auch nicht so der Hellste, habe ich das Gefühl. Ist aber, obwohl er böse im Namen hat, super liebenswert, wie ich finde. Ja, Tim ist halt, wie gesagt, sehr arrogant, lässt aber immer sowas durchscheinen, dass er vielleicht doch ein gutes Herz hat, dass da ein bisschen mehr hinter steckt, dass er vielleicht einfach nur das nicht rauslassen will. Und im zweiten Hörspiel war er aber auch schon ein bisschen sympathischer, glaube ich. Und, äh, mal gucken, wo das noch hinführt, sag ich mal. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, an Igor würde ich ein bisschen noch die Sprechweise verändern. Ich weiß nicht, ob ich die bisher so ganz gut finde, wie ich das mache. Und bei, äh, Tim, ich glaube, das, was, äh, was sich ändern würde, passiert eh gerade. Also, äh, wie gesagt, er wurde ja jetzt schon sympathischer im zweiten Hörspiel. Und ich glaube, die Entwicklung, die, die macht sich jetzt eh gerade. Von daher, äh, ich glaube, bei Tim muss man nicht mehr viel machen. Das passiert gerade eh von alleine, glaube ich. Hexen und Zauberer, nicht explizit. Man kennt natürlich ein paar Sachen, aber ich finde es jetzt nicht so wichtig, was das Setting eines Films oder einer Serie zum Beispiel ist. Sondern, dass die Geschichte toll ist und, äh, die, die Themen, die angesprochen werden. Da ist es mir egal, ob das jetzt ein Zaubereich ist, ob das in der Großstadt spielt oder im Untergrund. Das ist mir egal. Also, das muss einfach gut umgesetzt sein. Ja, ich habe natürlich meine Fan-Dubs, die ich mache, die, äh, mir zur Übung dienen. Ich habe jetzt, ähm, äh, gerade auch noch ein anderes Projekt am Laufen, äh, wo ich auch mit schneiden darf. Das ist jetzt nichts eigenes, aber von jemand anderem. Und ich war auch in einem, in einer Attack on Titan Parodie von, äh, von, von, von Tony bei Boa war ich mit drin. In einer Attack on Titan Parodie. Da habe ich den Armin geschrien. Und, äh, das Originalvideo war Attack on Titan in neun Minuten. Da hat er so seine eigene Version draus gemacht. War super lustig. Toller Kerl auch. Und war ein super Hammerprojekt. Ist auch super gut geworden, ganz ehrlich. Auch die Sprecher haben da einen super Job gemacht. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Ich übe seit, seit drei Jahren täglich eigentlich. Ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Thema. Will jetzt auch, äh, Gesangsunterricht nehmen, um auch, also natürlich, um zu singen auch, aber auch um so, äh, in Sachen Atmung zum Beispiel besser zu werden auch. Ähm, ich schreibe ja auch, ich versuche ja auch, ähm, was, äh, Dialogbuch und Liedtexte angeht, da auch hinzukommen. Ich schreibe ja für die Fan-Dubs auch die ganzen Liedtexte und, und, und Texte generell. Alle nochmal selbst. Und, äh, ich schaue mir Interviews an. Ich schaue mir Making-offs an. Gucke da schon, wie die das machen. Versuche daraus schon irgendwas zu entnehmen. Hör mir Tipps an. Such nach irgendwelchen Connections. Such alles, versuche alles im Prinzip zu tun, was nur irgendwie geht. Ich wollte auch mal zu, äh, ich habe auch mal Studios angeschrieben, ob, ähm, ich einfach mal hinkommen könnte zum Zuschauen. Das ging dann aber nicht wegen Corona. Dann, äh, habe ich auch mal angefangen, Theater zu spielen. Das ist dann aber relativ schnell wieder zerstört worden. Wir hatten nicht eine Aufführung wegen Corona. Ähm, und, ja. Ja, also ich versuche alles, was nur irgendwie geht, um da hinzukommen. Ja, im Prinzip freue ich mich einfach, äh, auf den hoffentlich bald kommenden Gesangsunterricht. Ähm, und auf, also wo ich ja drauf hinarbeite, und auf weitere Projekte einfach. Und ich hoffe, dass ich einfach in dem ganzen Bereich jetzt noch mal weiterkomme. Ja, ähm, habt Geduld. Es wird ja zur Zeit wieder ein bisschen besser, was Covid und so angeht. Da wollen wir einfach mal hoffen, dass das jetzt mittlerweile mal abflacht. Ähm, ich hoffe, dass ihr weiterhin die Projekte auf diesem Kanal verfolgt. Und, äh, auch beim nächsten Juni-Hörspiel dabei seid. Und, ja, wünsche einfach nur noch jedem Zuschauer alles Gute.